Ihr Leute von heute, ich habe Temo für mich entdeckt, okay? Es ist zu spät, aber besser late than never, richtig? How much they chose? Also gucken wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Das erste, was in meinem Tütchen ist, da kann man Öl reinmachen. Und das kann man so in die Pfanne draufsprühen. Einfach nur. Cool. The next item. Eigentlich dachte ich, dass es zwei sind. Und dann kann sich die Monstera da so hochklettern. Also muss ich mir noch ein paar holen. Natürlich darf diese Sunset-Lampe nicht fehlen. Da kann man auch die Lichter, die Farben wechseln. Dann bleiben wir jetzt mal bei den Pflanzen. Ich habe so eine Kletterpflanze und ich habe mir dafür so Clips geholt. Dann kann mein Baby so schön übers Fenster klettern. Liebe ich einfach. Etwas für die Küche. Das kann man so über die Spüle drauf machen, damit die ganze Essensrest etc. nicht in den Abfluss reinfallen, sondern da drauf. Und dann kann ich einfach wegputzen. Finde ich gut. Als nächstes für meinen Glastisch Untersetzer geholt. Die sind aus Filch. So, weiterhin für die Küche. Das ist so ein Teil, da kann man seinen Löffel, seinen Kochlöffel da drauf machen. Im Topf kannst du den Deckel dann hier drauf stellen. Dann kommt hier der Deckel. Und hier kannst du dann den Kochlöffel ab. Als nächstes habe ich hier diesen Korb. Das kann man so aufmachen. Und dann kann man so sein Gemüse etc. beim Putzen dann drauflegen. Dann habe ich hier einen Haken. Das muss ich an der Tür dran machen. Dann kann ich meine PJs anhängen. Noch so ein Kloss. Zum Beispiel, wenn ich meine Brühen oder so mache, kann ich hier durchlaufen lassen. Das hat mir Espressogläser geholt. Sag mal bitte, wie cute die sind. Die sind so ein bisschen so blauschimmer. Ich finde die einfach cute. Und es sind halt ein 6er Pack. Könnt ihr mir... Musste mal sein, sorry. Könnt ihr mal bitte sagen, wie cute diese ganzen Items sind? Und das Ding ist auch, wenn du die App zum ersten Mal runterlädst, kriegst du 50% auf alles, was du bestellst. Also auf deine gesamte Bestellung. Dann gibt es immer wieder Rabatte bei der App. Wenn du einen Artikel gekauft hast und der Preis sich zwischendurch ändert, kannst du eine Preisnachlass anfordern. Könnt ihr mir bitte sagen, wo man besser finden kann? Ich glaube nirgends. Deswegen renn zu Timo und hol dir deine Sachen jetzt. So Depend imp regulationsalten. Und euer Imaginen Heilhätzt. Jetzt ha then. sagen wir mal.